Geht los! Leute, wir sitzen jetzt im Spuk. Alter, wie kann so ein Lifthill funktionieren? Das ist doch Wahnsinn! Dann geht's direkt runter. Super! Wenn der auf dem, der mir bleibt, dann ist es okay. Dann ist es okay. Ich habe mich schon ergriffen, aber ich habe ihn verarbeitet. Eieieiei! Oh Gott! Joll! Oh! Gut, leicht! Oh! Das geht jetzt aber nicht schnell, oder? Okay! Wir sind schon mal eine tiefer, das ist schon mal so. Ich sehe ihn nicht! Wo steht er denn? Oh nein, jetzt kommt der blöde Paar. Komm her! Alter! Nein, lass das nicht! Scheiße! Was hängt denn hier alles rum? Oh! 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 Oh!